Mai 1944. Die deutsche Ostfront wird von der mit weit überlegenen Kräften immer wieder angreifenden Roten Armee mehr und mehr zurückgedrängt. Mit der Landung der Alliierten in der Normandie war der Zusammenbruch Deutschlands nicht mehr aufzuhalten. Die Zeit der deutschen Offensiven war vorbei. Es gab nur noch eine Richtung, zurück. Für den deutschen Soldaten ging es nicht mehr nur um Tapferkeit auf dem Schlachtfeld. Jetzt war ein anderer Mut erforderlich. Jene Art von Mut, wie sie Männer wie Feldwebel Steiner besaßen. Jetzt hören Sie mal zu! Ihr Befehl hat drei meiner Leute das Leben gekostet. Steiner. Das eiserne Kreuz. Zweiter Teil. Richard Burton als Feldwebel Steiner. Ich möchte, dass du auf die andere Seite gehst, mit General Webster Kontakt aufnimmst und ihm erklärst, dass deutsche Generale zum Waffenstillstand bereit sind. Rod Steiger als General Webster. In den nächsten Tagen werden wir angreifen und ich möchte nicht, dass meine Tanks in deutsche Büchsenöffner laufen. Vorgewarnt ist vorbereitet, Körner. Steiner. Das eiserne Kreuz. Zweiter Teil. Der neue Steiner. Die Zeiten eines Adolf Hitler sind vorbei. In ein paar Stunden wird Hitler tot sein. Wer verscheißt hat seinen geliebten Führer, wie gefällt mir das? Nein, nein, Körner. Sie können mir doch nicht einreden, dass die deutschen Generale einem Feldwebel erzählt haben, dass sie Hitler ins Jenseits schicken wollen. Jetzt erzwingen wir den Endsieg. Auf diesem Marktplatz mache ich Sie am Startig. Helmut Griem als Major Stranski. Was heißt, ob es darum geht und ob es darum geht? Denn in ein paar Stunden werden wir unseren Großangriff starten. Glauben Sie, die Deutschen sind dumm? Jetzt wären wir gleich in den dicksten Schlamassel geraten. Klaus Löwitsch als Unteroffizier Krüger. Horst Jansson als Hauptmann Berger. Sowie Kurt Jürgens als General Hoffmann. Und Robert Mitchum als Colonel Rogers. Es wird immer wieder Männer geben, wie Feldwebel Steiner. Männer, die zu kämpfen verstehen. Männer, die zu lieben verstehen. Männer, die wissen, dass Tapferkeit allein noch keinen Mann macht. Der neue Steiner kommt. Der erste Teil war der erfolgreichste deutsche Film der letzten zehn Jahre. Ausgezeichnet mit dem Bambi und der goldenen Leinwand. Jetzt kommt die Fortsetzung. Steiner, das Eiserne Kreuz, zweiter Teil. Sechs Oscar-Preisträger wirken mit in diesem gewaltigen Film. Mit einem Millionen-Dollar-Aufwand. Steiner, das Eiserne Kreuz, zweiter Teil.